Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Heute geht es darum, wie du deine Bedürfnisse erfüllen kannst, also mit welcher Strategie. Und wir wollen fünf beliebte Fehler beleuchten, die du möglicherweise beim vierten Schritt der gewaltfreien Kommunikation machst. Denn im vierten Schritt geht es darum, eine Bitte zu formulieren. Und das Ziel dieses Schrittes besteht darin, deinem Gegenüber deutlich zu machen, was du von ihm oder ihr möchtest, um eben dieses Bedürfnis zu erfüllen. Also was kann der andere Mensch dafür tun, um dein Leben schöner zu machen und zu bereichern? Zu dieser Podcast-Folge gibt es übrigens noch einen Blog-Post, den du nachlesen kannst auf meiner Website yvonnegeorgel.de und ich verlinke den auch nochmal in den Shownotes. Ich lege jetzt erstmal los mit den Eigenschaften einer Bitte. Und zwar ist die Bitte positiv formuliert. Sage also, was du willst und nicht, was du nicht willst. Also stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und bestellst beim Kellner alles, was du nicht möchtest. Erstmal dauert das total lange und zweitens weiß der Kellner im Endeffekt immer noch nicht, was du jetzt eigentlich genau willst. Daher gewöhn dir an, die Bitte oder den Wunsch positiv zu formulieren und zu sagen, was du möchtest und nicht, was du nicht möchtest. Außerdem ist es so, wenn du deinem Kind sagst, was es nicht tun soll, dann ist es so, dass dein Kind natürlich dieses Nicht versteht. Also wenn du sagst, hör auf, die Wände zu bemalen, weiß dein Kind immer noch nicht, was es jetzt tun soll und es hört unter Umständen nur Wände bemalen. Formuliere deine Bitte klar und konkret. Sie sollte in der Gegenwart und im Hier und Jetzt machbar sein. Die Bitte sollte freiwillig sein. Also es ist keine Forderung. Es ist genau das Gegenteil einer Forderung. Und zwar ist es so, dass dieser Wunsch auch ein Nein zulassen darf. Denke daran, dass das Nein zu deinem Wunsch ein Ja zu dem Bedürfnis deines Gegenübers ist. Und die Arbeit sozusagen besteht jetzt darin zu schauen, was hindert dich daran, Ja zu sagen zu meiner Bitte? Oder was könnten wir stattdessen tun, um unser oder um mein Bedürfnis zu erfüllen? Oder welches Bedürfnis steckt bei dir dahinter? Warum sagst du Nein? Und die Bitte sollte machbar sein. Du kannst dir also nicht wünschen, dass dein Gegenüber anders sein soll oder sich anders fühlen soll. Kommen wir jetzt zu den fünf beliebtesten Fehlern, die Eltern bei Schritt 4 der gewaltfreien Kommunikation mit Kindern machen. Also es gibt ja im Sinne der GfK nicht wirklich richtig und falsch. Du bist auf dem Weg, du bist auf deinem Prozess. Dennoch gibt es einen einfachen und einen schweren Weg. Und wenn du diese fünf folgenden Stolpersteine beseitigst, dann darfst du den Weg der Leichtigkeit gehen. Denn auch dein Familienalltag mit deinem Kind darf natürlich leicht sein. Und der erste Stolperstein ist, dass du Angst hast, um etwas zu bitten. Vielleicht glaubst du, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn du um Hilfe bittest. Oder vielleicht hast du in deiner Vergangenheit auch negative Erfahrungen gemacht im Zusammenhang damit, dass du ja Bitten formuliert hast. Vielleicht wurden deine Wünsche nicht erfüllt. Oder das ist mit Scham verbunden, wenn du vielleicht immer Bitte sagen musstest. Oder ja, dass es dann Gefühle von Schuld auslöst oder Scham. Und das könnte sein, dass du ja vielleicht auch die Erfahrung gemacht hast, dass du hilflos warst oder abhängig von bestimmten Umständen oder bestimmten Menschen. Und dann kann es sein, dass es dir einfach schwerfällt, um Hilfe zu bitten oder um Unterstützung zu bitten. Und vielleicht auch aus Angst vor Ablehnung. Oder vielleicht hast du auch Angst davor, dass du wütend wirst, wenn jemand Nein sagt zu dir. Also es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Fakt ist, dass es eine Angst gibt, deren Ursprung vielleicht in deiner Kindheit liegen könnte. Dazu kannst du mal so eine innere Kindarbeit machen. Dazu gibt es auch verschiedene Blogposts und auch Beiträge hier im Podcast. Da kannst du gerne mal reinschauen, reinhören. Und was du tun kannst, ist, dass du dir mal vorstellst, du bittest jemanden um einen Gefallen. Und dann kannst du mal schauen, welche Gedanken steigen dabei in dir auf und welche Gefühle beobachtest du. Vielleicht hast du Angst vor Zurückweisung. Vielleicht denkst du, dass du schwach bist, weil du das Bedürfnis nach Unterstützung hast. Also schau da ruhig mal hin und mach diese Übung für dich. Wie gesagt, das ist auch noch auf meinem Blog in schriftlicher Form. Wenn dir das leichter fällt, da hast du nochmal alle Fragen. Und die zweite Übung dazu ist, dass du dir die einschränkenden Glaubenssätze einfach mal bewusst machst, die mit der Bitte zu tun haben. Und vielleicht mal alle Gedanken aufzuschreiben, die dir in den Sinn kommen, wenn du Menschen um etwas bittest. Solche einschränkenden Glaubenssätze können sein, wenn ich um etwas bitte, dann könnte mein Partner Nein sagen. Das bedeutet, dass er mich abweist. Wenn ich um etwas bitte, bedeutet das, dass ich es selbst nicht hinbekomme. Und dann bin ich schwach und hilflos. Wenn ich andere bitte, mich zu unterstützen, dann gebe ich meine Macht ab und habe keine Kontrolle mehr über die Ergebnisse oder über mein Leben. Und das sind Glaubenssätze, die dich einschränken und dich an der Fülle hindern können und dich limitieren können. Und ja, vielleicht hast du jetzt schon noch eigene Glaubenssätze, die dir zu dem Thema einfallen. Und zu jedem Glaubenssatz kannst du dir auch die Fragen stellen, ist das wirklich wahr? Und was wäre, wenn das nicht wahr wäre? Wofür schützt mich dieser Glaubenssatz und wozu dient er mir? Und was wäre, wenn genau das Gegenteil der Fall wäre? Also wie würdest du dich fühlen, wenn dieser Satz nicht wahr wäre? Und wenn du die Entscheidung triffst, dass dir der Glaubenssatz im Weg steht und nicht dienlich für dein Leben in Fülle ist, dann darfst du ihn austauschen und neu wählen und einen einschränkenden Glaubenssatz auch umformulieren. Wenn du Glaubenssätze umformulierst, dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn ich andere um Hilfe bitte, erfülle ich mein Bedürfnis nach Unterstützung und Gemeinschaft. Mein Partner hat die Freiheit, Nein zu sagen und ich habe die Freiheit, Nein zu sagen. Ich bin ein wertvoller und eigenständiger Mensch. Wenn ich Menschen um etwas bitte, beweise ich Mut und Stärke. Andere um etwas zu bitten, ist ganz natürlich. Ich liebe es, wenn meine Bitten gehört werden. Ich liebe es, unterstützt zu werden. Das wären positive Beispiele für neue Glaubenssätze im Zusammenhang mit deinen Wünschen, die du an deine Mitmenschen hast. Der zweite Stolperstein ist, dass du Angst vor einem Nein hast. Denke daran, dass eine Bitte freiwillig ist. Das heißt, weder dein Kind noch deine PartnerInnen oder Kollegin sind dazu gezwungen, deiner Bitte zu entsprechen. Nein, weil es ja eine Bitte ist und keine Forderung. Denn was wir gerne vergessen ist, dass wir alle mit dem Segen des freien Willens ausgestattet sind. Und wenn dein Kind Nein sagt, dann tut es das nicht gegen dich, sondern für sich selbst. Also ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Das gilt natürlich auch für dich. Auch du musst nicht zu allem Ja sagen. Wichtig ist, dass du dich hinterfragst, was ist es jetzt eigentlich, was mich davon abhält, Ja zu sagen. Oder warum sage ich jetzt Nein? Ja, dass du dir das bewusst machst, welches Bedürfnis denn da jetzt gerade erfüllt wird, indem du Nein sagst. Es ist in der Situation, wenn du ein Nein hörst, sicherlich eine Herausforderung erstmal, weil es ist natürlich Stress, stressiger Alltag. Und dann manchmal sind Kinder auch in so einer Phase, wo sie einfach nur Nein sagen, um zu schauen, was passiert. Und wenn du gerade im Stress bist, dann deiner Bitte nicht nachgekommen wird, dann ist das frustrierend. Und es kann sein, dass du dann erstmal dich mit dir selbst verbinden und schauen darfst, was ist da jetzt gerade in mir ausgelöst worden, wenn ich dieses Nein höre. Nimm dir gerne diese Zeit. Und wenn du dann die Sache mit ein wenig Abstand betrachtest, dann kannst du das Nein deines Kindes vielleicht sogar feiern. Wenn du mal in einer ruhigen Minute bist, schreibe mal zehn Gründe auf, warum du es feierst, dass du Nein sagen kannst und dass dein Kind Nein sagen kann. Der dritte Stolperstein im Zusammenhang mit dem Formulieren einer Bitte ist, dass du denkst, du musst alles alleine machen. Was wäre, wenn keine deiner Bitten gehört werden, wenn du nur noch Nein hörst? Vielleicht denkst du, dass es die einzige Lösung ist, dass du doch wieder mit Lob und Strafe arbeitest und doch wieder Forderungen stellst an deinen Gegenüber. Es ist natürlich deine freie Entscheidung, allerdings denke ich, dass du ein harmonisches Familienleben voller Lebendigkeit und Leichtigkeit haben möchtest und auch deinen eigenen freien Willen achtest und natürlich auch den freien Willen an sich achtest und deine Kinder zu selbstbewussten und starken Individuen heranwachsen sehen möchtest. Also gib der Bitte, der Freiwilligkeit eine Chance und nimm dir mal Zeit für diese Übung. Vielleicht kannst du dir einfach mal vornehmen, für die nächsten zwei Tage komplett auf Forderungen zu verzichten. Einfach mal schauen, was dabei passiert. Und vielleicht kannst du am Ende des Tages deine größten Herausforderungen aufschreiben, im Sinne der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation analysieren. Dafür kannst du gerne mein Übungsbuch benutzen. Das ist für 0 Euro, kannst du das downloaden. Und auch das werde ich in den Shownotes verlinken. Du findest das auf meiner Website, yvonne-george.de. Und du kannst anhand dieser vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation mal schauen, welche Herausforderung am Tag passiert ist und worum es dir eigentlich ging. Und was so Strategien gewesen wären und was so ein Wunsch gewesen wäre, um das Bedürfnis, was dahinter steht, zu erfüllen. Dann kannst du mal schauen, worum es deinem Kind vielleicht ging. Also was steckte hinter dem Nein? Was wollte dein Kind damit sagen? Und vielleicht kannst du innerlich mal schauen, ob das wirklich eine Bitte war, die du an dein Kind gestellt hast oder eben eine Forderung. Ja, also wie bereit warst du, dieses Nein zu akzeptieren? Oder wie festgefahren warst du schon in deiner eigenen Lösung des Problems? Weil oft ist es so, dass wir ja schon eine bestimmte Lösung für unser Problem im Kopf haben und völlig vergessen, dass ja noch andere Menschen involviert sind in diesem Prozess. Und vielleicht hat dein Kind eine komplett andere Lösung oder vielleicht hat dein Kind gar nicht verstanden, worum es dir gerade in dem Moment geht. Also das kannst du auch üben, deine Bedürfnisse eben kindgerecht zu formulieren. Ja, vielleicht kannst du einfach mal schauen, welches Bedürfnis sich deinem Gegenüber mit diesem Nein erfüllt hat. Der vierte Stolperstein. Vielleicht ertappst du dich selbst manchmal dabei, dass du selbst Lösungsvorschläge machst. Und ja, das ist ganz normal. Allerdings ist es auch sehr anstrengend, wenn du die Last der ganzen Welt auf deinen Schultern trägst und von dir selbst verlangst, zu jeder Zeit die perfekte Lösung für alle zu finden. Also da darfst du auch gerne der Kreativität deines Kindes vertrauen, wenn es um die Erfüllung von Bedürfnissen geht, um Strategien, die Bedürfnisse erfüllen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Dieses Beispiel kannst du auch nochmal in dem Blogpost nachlesen. Das ist Steffis Kinder, Lilly und Max streiten sich um ein Spielzeug und rufen sie, weil sie Unterstützung brauchen. Statt die Richterin zu spüren und eine Lösung vorzugeben, könnte Steffi beispielsweise so vorgehen. Ah, Lilly und Max, ihr wollt beide mit dem Trampelauto fahren. Ich bin gespannt, wie ihr diese Situation löst. In dem Beispiel hat Steffi einfach beschrieben, was sie gesehen hat und die Wünsche der Kinder benannt und dann die Strategien eben den Kindern überlassen sozusagen. Also sie hat gefragt, habt ihr eine Idee, wie ihr das lösen könnt? Und vielleicht gibt es ja da schon eine Idee. Vielleicht haben die beiden Kinder ja schon eine Idee. Steffi ist da, um die Bedürfnisse zu benennen und um die Strategien herauszufinden von den Kindern. Im zweiten Beispiel geht es nochmal konkreter um die Formulierung der Gefühle und der Bedürfnisse. Ich sehe, dass ihr beide mit dem Trampelauto fahren wollt. Ihr seid ganz wütend und aufgeregt, weil ihr beide Spaß haben wollt. Und das Trampelauto fahren macht euch beiden so viel Freude. Habt ihr eine Idee, wie ihr das lösen könnt, dass ihr beide mit diesem Trampelauto fahren könnt? Also einfach mal die Kinder fragen, statt in die Situation reinzugehen und zu sagen, wechselt euch ab. Oder vielleicht noch so Sprüche wie, immer dieser Stress, könnt ihr euch nicht einmal einigen. Die Kinder wissen in dem Moment nicht, was sie tun sollen. Sondern was du tun kannst, ist, die Situation zu beschreiben, das Gefühl zu beschreiben, was du vermutest in diesem Kind oder in diesen Kindern, die da gerade spielen und streiten. Und das Bedürfnis zu benennen und nichts vorzugeben und Richterin zu spielen, sondern in dem Moment zu fragen, habt ihr vielleicht eine Idee, wie ihr das lösen könnt? Und der Grundgedanke dahinter ist, dass erstmal die Situation beschrieben wird und alle Bedürfnisse auf den Tisch gepackt werden und gehört und gesehen werden. Und dann ist es oft so, dass wenn das Kind sich gesehen fühlt und gehört fühlt, auch wieder Ideen aufkommen dürfen, wie dieses Bedürfnis erfüllt werden kann. Also mach es dir zur Gewohnheit, der Kreativität deines Kindes zu vertrauen, wenn es um Strategien geht. Mit denen es sich seine Bedürfnisse erfüllen kann. Und dafür benenne ganz klar das Bedürfnis und erfrage danach die Idee, die dein Kind als Lösungsstrategie hat. Und gehe flexibel mit diesen Lösungsstrategien um. Frage dich selbst, ob diese vorgeschlagene Lösung für dich okay ist. Wenn du eine Abneigung gegen die vorgeschlagene Strategie deines Kindes spürst, dann frage dich in dem Moment, warum das so ist. Der fünfte Fehler ist, du weißt nicht, wie du eine Bitte formulieren kannst. Dafür habe ich jetzt ein paar Beispiele vorbereitet. Und zwar, die Bitte ist klar und machbar. Also, ich habe jetzt erstmal so das Gegenbeispiel. Was du nicht machen solltest, ist, wie schön wäre es doch, wenn die Wohnung sauber wäre und die Küche nicht mehr müffeln würde. Das wäre eine diffuse und unklare Bitte. Es wäre zwar schön, wenn die Wohnung sauber wäre, aber es ist nicht wirklich klar und konkret. Was du stattdessen sagen könntest, ist, ich liebe eine saubere Küche. Bist du bereit, mich zu unterstützen und den Müll jetzt runterzubringen? Also, gewöhne dir an, zu sagen, was du willst. Zum Beispiel, ich möchte, dass du deine Hausaufgaben erledigst. Und ich möchte nicht, dass du den ganzen Tag herumlungerst. Dann möchte ich nochmal darauf eingehen, was der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung ist. Eine Forderung ist starr und unflexibel. Sie übersieht die Tatsache, dass andere auch Bedürfnisse haben. Und bei der Forderung geht es ausschließlich um die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und ausschließlich um diesen einen Weg, wie das Bedürfnis erfüllt werden kann. Andere Möglichkeiten werden ausgeblendet. Mach dir bewusst, welches Bedürfnis du dir mit deinem Wunsch erfüllen möchtest, wenn dein Gegenüber diesen erfüllt. Und wie sich das für dich anfühlen würde. Indem du eine Forderung zu einer Bitte machst, beziehst du dein Gegenüber mit ein. Du respektierst damit den freien Willen und die Tatsache, dass auch dein Gegenüber ein Wesen mit Bedürfnissen ist. Und es fühlt sich komplett anders an, wenn du diese innere Bereitschaft hast. Also schon die Haltung, schon diese innere Einstellung führt dazu, dass dein Gegenüber sich gesehen fühlt und gehört fühlt. Und man spürt das. Also man spürt das, ob du an einem Gegenüber, ob das jetzt freiwillig ist oder nicht. Und spätestens, wenn der Bitte eben nicht entsprochen wird. Also wenn du einen Wunsch hast und dein Gegenüber sagt Nein oder andersrum. Dein Gegenüber hat irgendeine Bitte an dich und du sagst Nein. Spätestens an der Reaktion auf dieses Nein merkst du, ob es sich um eine Bitte handelt oder um eine Forderung. Und ja, ein No ist sozusagen, wenn du deine Spielsachen aus dem Zimmer räumst, dann darfst du heute Abend nicht fernsehen. Das wäre ganz klar eine Forderung mit einer angedrohten Strafe. Das wird nicht, also es ist natürlich ein Verzweiflungsakt oder einfach nur reine Gewohnheit. Fakt ist, dass es nicht zur Verbindung beitragen wird. Und was du stattdessen machen kannst, versuchen kannst, ist, wenn ich sehe, wie deine Spielsachen im Wohnzimmer liegen, bin ich ärgerlich, weil ich ein aufgeräumtes Wohnzimmer brauche, um mich wohlzufühlen. Bist du bereit, deine Spielsachen in dein Zimmer zu räumen? Und ja, ein Bonustipp ist, denke daran, dass Kinder wahre MeisterInnen in Befriedigung der eigenen Bedürfnisse sind. Also wenn dein Kind Nein sagt, nachdem es um etwas gebeten hat, dann tut es das nicht, um dich zu ärgern, sondern um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn du ein Nein hörst, dann frage dich, was braucht mein Kind gerade? Was braucht mein Kind, damit aus diesem Nein ein Ja wird? Und wie könnte ich mein Kind dabei unterstützen, damit es kooperiert? Du könntest dein Kind zum Beispiel fragen, was brauchst du, damit du meiner Bitte entsprechen kannst? Wie kann ich dir dabei helfen, dass es dir leichter fällt? Was auch immer Schönes ist, spielerisch mit deinem Kind in Verbindung zu gehen. Und ja, die Verbindung ist das A und O. Also frage dich, welches Bedürfnis möchte sich mein Kind oder mein Gegenüber gerade damit erfüllen? Und ja, welche Bedürfnisse möchte ich mir eigentlich selbst damit erfüllen, indem ich diesen Wunsch jetzt habe? Das waren einige Anregungen, wie du mit dem vierten Schritt der gewaltfreien Kommunikation umgehen kannst. Lies es gerne nochmal nach auf meinem Blog. Und wenn dich das Thema begeistert, wenn du da tiefer einsteigen willst, dann hol dir gerne mein E-Book für 0 Euro. Das ist ein Starter-Kit gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Du findest da auch die Liste der Gefühle und Bedürfnisse und ganz viele Übungen, wie du die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern in deinem Alltag umsetzen kannst, wie du damit beginnen kannst. Und Ende April wird es eine Challenge geben. Dafür kannst du dich bald anmelden. Also melde dich gerne für meinen Newsletter an, um die Erste zu sein, die davon erfährt und die von dem Thema erfährt. Du kannst dich dann bei dieser Challenge, das ist auch alles, für 0 Euro eintragen. Und da gehen wir auch nochmal rein in die gewaltfreie Kommunikation, in die bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern. Und ja, sobald das Thema und das genaue Datum feststehen, da wirst du auf jeden Fall informiert, wenn du in meinem Newsletter bist. Also trag dich gerne ein, www.ivongeorg.de slash Newsletter. Du findest es auch in den Shownotes und als Dankeschön bekommst du das Starter-Kit gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Jo, ich freue mich drauf und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes darlässt und folge mir auf Instagram at ivonnegeorg.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.